Ohaio und damit willkommen zurück zu Let's Play Sonic Lost World für den 3DS! Wir haben im letzten Part Le Boss aus Le Silent Forest besiegt und damit endlich den schrecklichen Silent Forest hinter uns gelassen, weil er mich ein bisschen abgefuckt hat. Ich hoffe, dass die Skyward einigermaßen angenehm wird im Vergleich, aber ich habe irgendwie so meine Zweifel. Naja, machen wir das Beste raus. Wenn wir deinen Freund nicht finden, kann ich dann dein Gefährte sein? Was? Sei still! Was ist denn das für eine Frage? Naja, ich meine ja nur. Ich würde lieber für dich arbeiten als für Dr. Eggman. Hallo? Ich kann dich hören, falls du das nicht weißt. Oh Gott, so ein Patzer wird mir nicht nochmal passieren. Ich werde Tails retten! Siehst du? Und genau deshalb will ich dein Gefährte sein. Tails hat es so gut... Also unmöglich! Ich bin hier! Ich höre immer noch mit! Diese Zwischensequenz war schon genial, oder? Sie hätten was? Nö. Und genau aus diesem Grund will ich dein Gefährte sein. Nur verständlich. Ich meine, wer will bei Eggman arbeiten, ne? Mit dem türkisen, laserfarbenen Farbenergien wird Sonic zu einem türkisen Laser. Drücke in den türkisen Lasergestalt unten, oben und bewege mit Richtungswechsel. Was zum Fick. Hältst du eine Richtung gewählt? Hast du eine Richtung gewählt? Drücke B oder A, um Sonic in gerader Linie abzufeuern. Äh... Äh... Okay. 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 Ja. 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 Probier das jetzt einfach mal aus. Äh... Okay. Ich kann jetzt. Ach, das geht auch. Bam! War das nicht toll? Ich war doch richtig gut, oder? Ich fand mich gut. Ich fand mich gerade sehr gut mit dem Laser. Ach, ich hätt nach oben gehören müssen müssen. Ja, wahrscheinlich um einiges schneller. Mann! Ich hasse diese Viecher im 2D-Modus. In 3D sind die so einfach zu besiegen und hier dauert das 5 Jahrhunderte. Äh... Und das sei, dass es eine Art Casino ist. Gott damn it, Mann! Auch meine Ringe. Ja, ich hab noch einen. Laser! Ach, denn beim Laser kann man nicht viel falsch machen. Wow! Irgendwie hab ich Angst vor den Viechern. Oua, das hat weh. Na egal! Weiter geht's! Zack, 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 zack! Uäh! So, weiter! Zack! Und ja! Geh hoch! What the fuck? Was war denn das für ein Windstoß gerade da? Muss ich mir da gerade Sorgen machen? Okay. Tails hat es so gut. Ja, Tails hat es besser als Obert und Qbert. Ich glaub, sie hießen die doch, oder? What? Ich muss den noch besiegen. Danke! Was hat mir das gebracht? Was hat mir das gebracht? Es ist eindeutig die Casino-Zone, die es immer in jedem Sonic, glaub ich, gab. What the fuck? Viel hoch. Weh! So hoch wollte ich auch nicht. Come on! Komm her! Come on! Alter! Mäh! Komm her! Danke! So, hoch da! Mäh! Irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich hier runterfalle. Aber nur so ein Gefühl. Das ist scheißegal, wo ich da lang gehe. Okay, ich muss einfach nur... Boah, ich hasse sowas. Das ist doch scheiße. Come on! Was haben wir... Nicht das Vieh schon wieder. Hier kann ich B draufdrücken. Ach, Flipper! Yay, bingo! Was zum... Fick! Bing! Go! Nee. Come on! Boah, ich kann hier grad echt nicht unterscheiden. Muss hier auch irgendwie hochkommen, ne? Ich würd da gern hoch. Dank... Nein! Mann, Sonic! Ich hab irgendwas aufgekriegt. An der Seite. So, das reicht mir schon. Laser! Das reicht scheinbar nicht. Ich hasse sowas. Ich hasse irgendwie alles. Aber warum auch immer. Hier bringt mir der Laser, glaub ich, nicht viel. meh... Mäh... Hör auf, mich die ganze Zeit hier wegzustoßen! Äh... Wieso zum Teufel kann ich sowas nicht? Kann ich mal versuchen... Das geht? Das geht? Ernsthaft? Das geht? Hätte ich grad nicht erwartet. Ja, ich muss jetzt aber hochkommen. Ja, ich muss jetzt aber hochkommen. Ich will hier hoch. Nein. Zack. Und zack. Nee, der spawnt nicht neu. Oh, komm schon! Oh, komm schon! Ja, ich hab's geschafft! Und ich will nie wieder da hin! Nie wieder! Komm schon! Bäm! Lass uns das Eis brechen! Zwischen den Zeugs da! Nicht zwischen... Nein, 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 nein! Hm... Angenehm! Die trügerischen Fallen in der Casino... Zeugs! Also, ihr wisst, in einem Casino will man nicht unbedingt sein, deswegen machen die Entwickler diese Casinos natürlich auch nur aus pädagogischen Gründen so abfuckmäßig. Alter! Würdet ihr euch... Hättet ihr ein Problem damit, wenn ich euch besiegen würde? Danke! Alter, ich... Ich erkenne gar nicht so richtig was! Komm schon! Danke! Yay, ist das nicht... Kannst du aufhören zu laufen, wenn ich sage, du sollst nicht laufen? Ah, ich hasse es! Ah, ich hasse das! Teilweise hier! Aber trotzdem spiele ich's, weil's Spaß macht! Irgendwo! In dem entferntesten Sinne! Man! Bam! Komm schon! In meinen Casino-Zonen war ich generell immer schon schlecht! Weiter! Nein! Nicht schon wieder diese Viecher! Bis ich mal wieder stehe, bin ich schon wieder umgegen von welchen und die attackieren mich dann wieder! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Mann! Bis ich dann wieder angreifen kann, sitze weg, ne? Voll die Homos! Kommst du her! Kommst du her, Mann! Kommst du her! Hallo! Was war das denn? Sonnequizit irgendwie gerne nicht mehr an! Danke! Ey! Da wollte ich hoch! Das ist grad nicht mein Ernst gewesen, ey! Ich wollte hier nicht unbedingt versagen! Weil solche Casinos-Levels können gerne mal auf den Sack gehen! Dann ist es mir lieber, es sofort abzuschließen! Wow! Lieber hier an der Rand bleiben! Ich erwarte noch irgendwie sowas wie Karten, die man so wegschleudern kann und dann hast du sie aber dann doch noch und dann öh! Waaah! What the fuck! Irgendwie gerettet mit dem Laser! Fragt mich nicht, wie ich das angestellt habe! Ich würde es gerne selbst wissen! Nee, nee, nehm ich nicht mit. Das ist das extra Leben des Todes. Komm schon. Das geht doch klar hier. Nein! Nicht wieder sowas. Komm schon, du schaffst das doch. Meh. Ich werde niemals ins Casino gehen. Ich verspreche es euch, Säger. Aber bitte lasst mich dieses Level schaffen. Lasst es mich schaffen, Mann! Was ist das hier gerade? Warum? Kann mir das gerade jemand erklären? Da wollte ich nicht hin. Aber sehr aufmerksam. Nein, 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 nein! Oh! Oh! Ich hasse das! Bei irgendwelchen Sachen, wo du, wenn du einmal failst, irgendwie runterfällst. Das hasse ich! Und dann darfst du wieder alles von vorne machen. Oh! Ich hasse sowas. Was sind eure Hasslevel in Sonic Lost World? Ich habe mal so gerade ganz stumpf gefragt. Lackt mich. Ich mache das Ding nicht weiter. So, da. Danke. Das gefällt mir schon viel besser. So Sachen, wo man einfach durchlaufen kann. Wow. Das wird noch ein ganzes Stück Arbeit hier. Obwohl, das Level ist fast gut um. Ich hoffe, dass die anderen Zonen hier nicht mehr dem Schema entsprechen. Von wegen Casino. Ich meine, das ist ein... Hallo? Gehst du? Danke! Sehr aufmerksam von dir, Sonic. Ach, nö. Nicht schon wieder, Flipper. Komm schon. Wow. Nein! Nein! Nicht mein Ernst! Komm schon. Das geht besser. Boah! Boah! Damn it! Oh ja. Oh ja. Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Ich habe doch nur gefragt, ob ich da hoch kann. Die Antwort ist, ich kann nicht. Ich nicht. Wow. Wow. Ganz ruhig. Alles machbar, Herr Nachbar. So. Nein! Laser! Ach du Scheiße, wie sieht das aus? Wenn ich den treffe... Ich habe doch einfach den. Was machst du, Sonic? Ach, der macht das automatisch nach einer Zeit. Gay! Einfach nur gay! Ist das der Laser? Nein, das ist er nicht, aber... Wait! Ringe sind auch toll. Sagt es, dass Ringe toll sind. Ringe. Äh, ich bin gerade zurückgegangen. Nein! Ich werde mir nicht mein Leben abziehen lassen, hier von euch. Könnt mich mal einschalten. Bam! Willst du mal... Hallo? Warum hört der auf zu laufen? Ich sage Ihnen, er soll laufen, er läuft nicht. Ich muss, glaube ich, gleich mal hier mein Schiebepad kalibrieren. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ähm, nicht dein fucking Ernst. Nee! Come on! Oder vielleicht sollte ich ja mal ernsthaft mit dem Dings hier spielen. Du wisst schon, was ich meine. Äh, Steuerkreuz. Statt mit dem Schiebepad. Aber irgendwie ist mit dem Schiebepad angenehmer, generell zu spielen. Mach da. Was? Mach so. Das wird doch irgendwie gehen, oder? Warum mal ich hinkomme. Hey, es hat geklappt. Nein! Nicht wieder Bingo! Bingo! Bingo Fail. Warte mal. Ich habe da gerade irgendwas bekommen können. Nein! Ich habe gerade den Sound nicht ganz laut. Was ist das für ein Ding? Was macht es? Das macht, dass ich nicht so stark faile. Geil. Warum? Zum Teufel. Okay, das ist schon angenehmer gerade. Hier waren nur Ringe. Oh, langweilig. Oh, das ist angenehm, so zu feilen. Hat man genug Zeit zum Überleben? Überlegen. Auch zum Überleben, ja. Bam! Ich brauche das Bingo nicht. Warum? Bam! Komm, geh hoch! Danke. Ja, das ist schon viel angenehmer. Nein! Danke. Da war ein roter Ring, aber darauf scheiße ich gerade. Oder ist der noch hier? Da ist er noch. Dann nehmen wir mit. Ach, hier ist doch das Ziel. Was heißt, sagt das doch einer? Bam! Ja, durchschnittlich, aber besser als zuvor. Ja. Nein! Speziallevel. Das kriege ich nie hin. Oh Gott. Meinetwegen. Ich probier's. Ich versuch's. Ich glaube, ich hab mich jetzt schon erhängen dafür, für diesen... Gedanken! Speziallevel... 4. Ah, goddammit, nein. Fuck that shit! Ja, ist guuut. Hallo? Ich würde mal sagen, ich häng fest. Kann ich mich befreien? Ich kann mich nicht befreien. Geil. Nein! Ich will nicht das ganze Level neu starten. Warte ich einfach ab. Auch geil. Break the system. Ist das nicht toll? Also Leute, so macht man das Speziallevel nicht. Nee. Ich komm nicht frei. Egal, was ich mache, ich komm nicht frei. Yay! Zeit um! So fällt man. Und das war nicht mal absichtlich. Geil. So geht das. Yay! Das Level machen wir im nächsten Part. Das sieht wieder nach Casino aus. Och maaaann. Wieso ist hier alles Casino? Ich denke, das ist hier so Skyroad. Nö, ist Casino! So, okay. Wenn euch noch was gefallen haben sollte, gebt mir doch mal. Schreibt einen Kommentar. Dies ist alles anders. Haut da rein. Bis dann und ciao!